Du hörst den Jeans Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge lautet Erfolg ist die Frage, wie du deine Gedankenwelt möblierst. Erfolg ist die Frage, wie du deine Gedankenwelt möblierst. Ein sehr, sehr schönes Thema, denn wir werden heute ein bisschen philosophieren über das Thema Wirklichkeit und Wahrheit. Und ich habe dir sieben Fragen mitgebracht, deren Antworten dir Hinweise darauf geben können, warum vielleicht dein Projekt gerade nicht funktioniert, deine Firma vielleicht nicht den Umsatz erzielt, den du dir vorstellst oder auch die genau die Antworten liefern können, warum du diesen Erfolg hast. Es ist ja auch wichtig zu verstehen, dass ich den Grund dafür kenne, warum gerade ich, gerade diese Firma, gerade dieses Projekt so gut läuft. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht es auch schon los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn aus Smart genial wird. Wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird. Dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Als Unternehmer und Unternehmerinnen sind wir die ganze Zeit am Analysieren, warum funktioniert etwas gerade so super gut, vielleicht sogar mehrere Dinge hintereinander. Und warum gibt es manchmal so Talfahrten, wo man glaubt, oh mein Gott, wie komme ich eigentlich durch diesen Nebel wieder auf den nächsten Berg? Und wir versuchen dann, und das macht das Ganze so unfassbar kompliziert, wir versuchen dann zu evaluieren und zu sagen, okay, wie ist denn mein Startup jetzt positioniert? Stimmt irgendwas mit meiner Marke nicht? Ist die Außenwahrnehmung vielleicht nicht dem entsprechend, was ich anbieten möchte? Oder wie sieht meine Marketingstrategie aus? Habe ich genügend Vertriebsleute bei mir im Team? Oder funktioniert meine Vertriebsstrategie vielleicht nicht? Ist das vielleicht der Grund für den Misserfolg, den ich in meinen Projekten oder in meinem Unternehmen habe? Oder mein Umsatz stagniert und ich kriege das irgendwie nicht nach oben? Oder ich habe gar keinen Umsatz und besuche ein Seminar nach dem anderen und versuche mich dann irgendwie so frei zu kaufen. Also frei zu kaufen in Form von, ich mache alle möglichen Coachings, Mentorings, ich mache alle möglichen Seminare, ich kaufe und mache und tue. Aber so irgendwie komme ich überhaupt nicht auf einen grünen Zweig. Und deswegen ist diese Podcast-Folge heute enorm wichtig, weil die Gedankenwelt zu möblieren, also die Entscheidung darüber zu treffen, was da eigentlich zwischen den Ohren stattfindet, das ist ein ganz entscheidender Punkt, um überhaupt eine Grundlage dafür zu schaffen, erfolgreich zu sein. Alles andere sind Werkzeuge, Positionierung sind Werkzeuge, Marke, Werkzeuge, Marketing, Betrieb, alles Werkzeuge, Produktentwicklung, alles Werkzeuge. Diese Werkzeuge funktionieren aber nur dann, wenn ich das irgendwie in meinem Gedankenstübchen sortiert habe und mir klar bin, was ich eigentlich will, wo ich hin möchte, was sind meine Ziele und welche Motivation treibt mich jeden Tag an. Also nicht nur, wenn ich über die große Vision nachdenke, sondern dass ich wirklich morgens aus dem Bett springe und sage, ja, ich habe echt Bock drauf. Oder dass so ein 14-Stunden-Tag sich gar nicht anfühlt, als würde das irgendwie anstrengend sein, sondern ich mache das einfach unfassbar gern. Und vielleicht so eine kleine Geschichte aus meiner beruflichen Karriere, auch ich habe natürlich irgendwann mal eine Firma gegründet und was sich dann so super einstellt, ist so der geschäftliche Alltag, super gefährlich. Der geschäftliche Alltag, vor allem, wenn dann die Firma wächst und dann kommen noch Mitarbeiter dazu und dann kommen Personalgespräche dazu und dann, klar, einmal im Jahr redet man dann über unternehmensstrategische Themen und so weiter und so fort. Aber im Wesentlichen ist das im Grunde wie eine eingeschlafene Beziehung, die du mit deiner Firma, die ich damals mit meiner Firma geführt habe. Eine eingeschlafene Beziehung, das heißt, es gab keine Abwechslung, es gab keine Überraschung mehr. Man hat natürlich die Kunden zufriedengestellt, hat natürlich versucht, einen tollen Service anzubieten. Also ohne, dass das alles schleift, sondern man hat wirklich alles dafür getan, dass es funktioniert. Man war sogar innovativ, man hat innovative Themen entwickelt. Aber trotzdem hat sich so diese Entwicklung erst sehr spät oder sehr zäh eingestellt. Also Entwicklung in Form von Erfolge, weil ich musste auch damals ganz am Anfang lernen, dass viel mehr dazu gehört, als so dieses tägliche Abarbeiten von operativen Aufgaben, sondern dass es viel wichtiger ist, sich aus diesem ganzen Sog, das zieht dich ja irgendwie so rein in die Firma. Also ich war damals der Meinung, ich müsste an allen Meetings teilnehmen, ich muss alles kontrollieren, ich muss alles irgendwie über ein Tool einsehbar machen für mich und das Ganze überwachen. Ich war eigentlich nichts anderes wie jemand, der so ein Straßenschienennetz der Londoner U-Bahn überwacht und wartet darauf, dass irgendeine Lampe blinkt, die meine Aufmerksamkeit braucht. Aber ich habe mich nicht darum gekümmert, ob vielleicht dieses Straßenbahn- oder U-Bahn-Netz nicht ersetzt werden kann durch Flugtaxis zum Beispiel. Also was will ich damit sagen? Es ist eine Wirklichkeit, die wir uns erdenken, es ist eine Wirklichkeit, die wir um uns herum aufbauen, die wir illustrieren, die wir gestalten mit unserer ganzen Gedankenwelt. Wir glauben also, dass etwas ist, wie es ist und wir glauben, dass das die Wahrheit ist. Es ist aber tatsächlich die Wirklichkeit. Es ist das, wie das alles um uns herum auf uns wirkt und es hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Es gibt ein sehr, sehr schönes Bild. Stell dir vor, du sitzt an einem Fluss. So eine schöne Flussbiegung hier bei uns wäre so, dass der Altmain, also nicht die kanalisierten Flüsse, sondern wirklich noch diese alten, geschwungenen Flüsse. Und du sitzt an diesem Fluss und hast deinen besten Kumpel dabei oder deine beste Freundin dabei. Und ihr sitzt da so da und der eine hat eine rote Brille auf und der andere hat eine blaue Brille auf. Und auf diesem Fluss, der hat ja eine Strömung, ist so eine quietschegelbe Ente, die oben am Fluss da so vor sich hinschwimmt. Und die schwimmt an euch vorbei und ihr unterhaltet euch über diese Ente, wie lustig das ist, dass gerade diese Ente hier auf diesem Fluss an euch vorbeischwimmt. Und jetzt stell dir selbst die Frage in Bezug auf die beiden Personen, die da am Fluss sitzen, welche Farbe hat wohl die Ente aus Sicht der einen Person, die die rote Brille trägt und aus Sicht der anderen Person, die die blaue Brille trägt. Und jetzt überlegst du dir, welche Farbkombination, was könnte da wo rauskommen, was sieht wohl die Person mit der blauen Brille und mit der roten Brille. Aber in Wirklichkeit sieht jeder die Ente so, wie er will. Weil die Wahrheit ist jedoch, die Ente ist auch für die anderen gelb. Und diese Brille müssen wir von Zeit zu Zeit mal austauschen oder vielleicht mal absetzen, damit wir uns darüber klar werden, dass diese Wirklichkeit nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Und das ist für uns relativ angsteinflößend, vielleicht sogar manchmal schon, weil das, was wir als Wirklichkeit in unserer Gedankenwelt, in unserem möblierten gedanklichen Konstrukt erschaffen haben, dass das natürlich für uns absolute Sicherheit bedeutet. Wir glauben, dass das alles so funktioniert und so funktionieren muss, wie wir das uns vorstellen, wie wir das als Wirklichkeit, als unsere Wirklichkeit definiert haben. Schöne Aussagen sind zum Beispiel in Unternehmen, das haben wir immer so gemacht, wir hatten immer diese Brille auf. Wir haben das immer durch die rote Brille gesehen. Warum sollen wir das ändern? Ist uns völlig egal, wie gelb die Ente ist oder welche Farbe die Wirklichkeit hat. Für uns ist die halt irgendwie so eine Farbkombination aus Rot, Brille, und dieser gelben Ente. Das heißt, wir wollen nicht immer teilnehmen an diesen ganzen Veränderungsprozessen. Also ich erinnere mich an spannende Beratungssituationen in mittelständischen Unternehmen oder auch Großkonzernen, wo es um das Thema Transformation ging. Und immer wenn dieser Name gefallen ist oder dieses Wort gesagt wurde, dann war das so ein innerliches Zusammenzucken bei den Teilnehmern. Oder so Change Management. Wenn dieses Projekt ausgerufen wurde, dann war das eine Vollkatastrophe, weil die Leute natürlich total Angst hatten, weil sie nicht wussten, was bedeutet das jetzt eigentlich. Im Grunde gehst du in den Raum rein und sagst, hey, wir verändern jetzt alles, was ihr kennt, was ihr liebt, wofür ihr gearbeitet habt, was ihr euch erarbeitet habt. Und wir stellen das in Frage. Wie cool ist das für die Leute, die in einem Unternehmen arbeiten? Das ist gar nicht cool. Sie werden also diesen Prozess nicht unterstützen, sondern sie werden ihn versuchen, weitestgehend zu torpedieren oder sich gar nicht erst daran zu beteiligen. Und das ist natürlich das Schlimmste in einem Transformationsprozess in einem Unternehmen. Und das ist bei einem Startup ähnlich. Ich erinnere mich, als ich damals den ein oder anderen Kurswechsel in einem Unternehmen oder meinem Unternehmen machen musste, war das für mich eine Riesenaufgabe, die Crew mitzunehmen, mein Team mitzunehmen. Und darüber zu informieren und zu sagen, hey, diese Wirklichkeit, die wir die ganze Zeit als Wahrheit gesehen haben, weil wir es uns gar nicht so bewusst gemacht haben, sondern wir haben einfach gesagt, das ist jetzt einfach so. Der Markt braucht das. Meine Kunden brauchen das. Obwohl das nur unsere Wirklichkeit war. Und der Kunde brauchte was ganz anderes. Und diese Kurswechsel, die du auch in einem Startup machen musst, die sind halt extrem wichtig, weil die natürlich dein großes Potenzial sind, weil du agil auf die Marktsituation eingehen kannst. Wir erleben es jetzt durch Corona. Du musst dein Geschäftsmodell verändern, damit du morgen überhaupt noch ein Player im Markt bist. Und diese Veränderung versteht aber nicht jeder. Und das ist eine große Aufgabe, die wir haben, dass wir das natürlich am Ende kommunizierbar machen oder die Leute einfach mitnehmen auf diese Reise. Aber das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, und deswegen auch die Headline heute, Erfolg ist die Frage, wie du deine Gedanken wählst, das ist der erste Step, möblierst. Und das ist eine Geschichte, die kannst du nicht outsourcen, die kannst du mit dir selber ausmachen, mit dir und deinem Therapeuten, mit dir und deinem Mentor, mit dir und deinem Coach. Aber du musst es tun. Und das ist das Wichtige. Also wenn du eins mitnimmst heute aus dieser Podcast-Folge, dann einfach dieses Bewusstsein, dass das, womit du all das wahrnimmst um dich herum, deine Wirklichkeit ist. Aber die Wahrheit, was anderes ist. Und zu erforschen, inwieweit deine Wirklichkeit von der Wahrheit abweicht, das ist im Grunde die Aufgabe. So, und ich habe ja gesagt, sieben Fragen habe ich dir mitgebracht, um einfach mal darüber nachzudenken und zu reflektieren, warum du gerade so wahnsinnig erfolgreich bist, was ich dir sehr wünsche. Oder warum du gerade vielleicht Misserfolge erlebst und die sehr gehäuft. Oder warum ein Projekt gerade nicht funktioniert. Oder warum du keine Mitarbeiter findest. Das hat alles im Ursprungskern mit dir zu tun. Es ist nicht, weil deine Leute nicht in der Lage sind, Anzeigen zu schalten oder warum dein Headhunter nicht performt, sondern weil du noch nicht bereit bist für diese Mitarbeiter. Erste Frage. Wie groß ist der Einfluss von außen? Wie groß ist der Einfluss von außen? Übrigens, alle Fragen in den Shownotes dieser Podcast-Folge, braucht ihr jetzt nichts mitschreiben, alles aufgeschrieben, könnt ihr nachlesen. Wie groß ist der Einfluss von außen? Wie sieht das aus, wenn du deinem Umfeld, Freunde, Familie, Geschäftspartner usw. eine neue Idee präsentierst? Wie sieht das aus, wenn du eine absolute neue, wenn du ständig mit neuen Ideen kommst? Ist ja inflationär. Kennt ihr das auch? Hast eine neue Idee, rennst irgendwie zu deinem besten Kumpel oder zu deiner besten Freundin und sagst, hey, ich habe eine Idee. Eine Woche später kommst du mit der nächsten, dann wieder mit der nächsten, dann wieder mit der nächsten. Irgendwann sagen die halt, geht's noch? Hast du irgendwas davon umgesetzt, anstatt dich zu feiern für deine Begeisterung, deine Inspiration, deine Kreativität? Auf der einen Seite verständlich natürlich, zu sagen, gut, viele Ideen sind eine Geschichte, du musst in die Umsetzung kommen. Ist ein super Tipp, aber ist auch eine Frage, wie man das kommuniziert, wie man das rüberbringt. Aber wichtig ist, dass du in deinem Umfeld vor allen Dingen auch Leute hast, die du fragen kannst, die du unternehmerisch fragen kannst. Also ich finde das so extrem wichtig, andere Unternehmer, Unternehmerinnen zu fragen, hey, warst du schon mal in so einer Situation? Wie hast du das Problem für dich gelöst? Wie hast du deine Positionierung gefunden? Wie hast du dein Vertriebsteam aufgebaut? Hast du eine Vertriebsstruktur gebraucht für dein Business? Und so weiter und so fort. Marketing, all diese Sachen. Das ganze Thema Unternehmertum ist heute viel, viel komplexer als noch vor Jahren. Einfach, weil wir auch noch digital kommunizieren müssen. Also nicht nur analog in unserer Region aktiv sein wollen, sondern wir müssen vor allem auch digital kommunizieren. Und das allein ist schon eine Challenge. Die ganzen Plattformen zu bedienen, die ganzen Automatisierungsprozesse und so weiter. Du kennst das Spiel. Also wie groß ist der Einfluss von außen? Wie unsicher macht dich das, wenn dir jemand sagt, hey, sei vorsichtig, nicht noch eine Idee? Oder eine Investition. Wenn du jemanden hast, der dich so ein bisschen zurückhalten möchte und sagt, bist du sicher, dass du dieses Invest jetzt machen willst? Investition in deine Ausbildung oder Investition in Hardware für dein Unternehmen? Du musst es einfach machen. Und das ist im Grunde das, worum es geht, diese eigene Unsicherheit in Stabilität zu verwandeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Aber dir darüber bewusst zu werden, ist es ein förderliches Umfeld oder ist es ein Umfeld, was dich eher zurückzieht? Es gibt diese, ich muss diese Geschichte jetzt erzählen, wird längere Podcast-Folge, sorry dafür. Fällt mir gerade ein. Es wird jetzt nicht wahnsinnig spannend, diese Story, aber ich werde sie versuchen, dass das Learning rauskommt, weil sonst wird das alles zu lang. Also ein Affengehege, drei Affen, vielleicht kennt ihr die Geschichte auch und ich erzähle sie nicht zu 100 Prozent, aber ich versuche immer das Learning, wie gesagt, zu erarbeiten. Und in diesem Käfig, in diesem Affenkäfig, drei Affen drin, ist so ein langer Stab, an dem kann man hochklettern und ganz oben sind Bananen. Und über dieser Bananenstaude ist so ein Brausekopf, also so eine Dusche. Und der erste Affe klettert diese Stange hoch, holt sich so eine Banane oder will die Banane haben. Und dann kurz vorher geht dieser Brausekopf auf und der wird völlig nass und rutscht dann diese Stange wieder runter. Und der zweite und der dritte, die versuchen das. Und dann versuchen die das immer nochmal und lernen die ganze Zeit, hey, Banane nicht erreichbar, weil irgendwie Brausekopf. Dann tauscht das Forscherteam einen Affen aus, neuer Affe kommt rein und der möchte, sieht natürlich oben die Banane und sagt, hey, nettes Frühstück, will das probieren. Und dann will der da hochklettern und dann halten ihn die beiden anderen Affen davon ab, weil die wissen ja, dass da oben dann ein Brausekopf angeht. Und so tauscht das Forscherteam auch die anderen zwei Affen aus. Und das Fazit dieser Geschichte ist, dass dieser Brausekopf schon lange abgestellt ist. Keiner dieser Affen versucht mal an die Bananen zu kommen. Keiner weiß auch irgendwann nicht mehr, warum das keiner probiert, sondern es ist einfach ein Gesetz geworden. Es ist eine Gewohnheit geworden. Es ist etwas, was niemanden mehr motiviert, es auszuprobieren, weil es ja einfach nicht mehr gemacht wird. So, was will ich damit sagen? Es ist der Einfluss von außen, der dich davon abhält, erfolgreich zu sein. Und das ist ganz oft so. Wenn du das mal erforscht in einem Coaching oder in einem Mentoring, dann wirst du feststellen, hast du zu viele Leute, die an dir ziehen und dich davon abhalten wollen, es doch zu probieren. Dann ist das wie so ein Gewicht, dem du nicht lange Stand halten kannst. Sondern du musst es ausprobieren. Du musst Förderer haben in deinem Umfeld, die dich motivieren und sagen, probier das. Ich gebe dir Rückendeckung. Oder ich helfe dir. Ich komme mit. All das. Also umgib dich mit solchen Leuten. Zweite Frage. Bist du dir deiner selbst bewusst? Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause für einen wichtigen Hinweis an eigener Sache. Denn ich möchte dich herzlich in die Genius Alliance University einladen. Mit der Genius Alliance University haben wir uns das Ziel gesetzt, einen partnerschaftlichen und vor allem vertrauenswürdigen Dialog zwischen Gründern, kleinen, mittelständischen Unternehmen, Investoren sowie Top-Experten über die digitale Zukunft aufzubauen. Und damit in Zukunft digitale Technologien unserer Gesellschaft und Umwelt nützlich sein kann, kommt es darauf an, innovative und engagierte Unternehmer und Unternehmerinnen zu finden und zu unterstützen. Wir wollen dabei helfen, die hohen Eintrittsbarrieren zu überwinden, die durch immer komplexer werdende Technologien, fehlende Finanzmittel und mangelhafter Bildungsangebote verursacht werden. Auf der Genius Alliance University Plattform erwartet dich täglich neuer und vor allem kostenfreier Content, wie zum Beispiel die Shownotes zum Genius Alliance Podcast, Fachartikel zu den verschiedensten Themen, Ratgeber, Handouts, Präsentationen, unzählige Videos und Audios, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials, aber auch Online-Kurse wie zum Beispiel mein Online-Kurs Podcast Mastery, in dem ich die Hacks zu diesem Podcast hier verrate und teile. Und in Zukunft wird es auch Live-Streamings geben. Aber das Beste kommt noch, denn zusätzlich bieten wir dir in unseren Masterclasses den direkten Austausch mit den besten Mentoren, die wir in Deutschland haben. Also Schluss mit dem Konsum von veralteten Wissenskonserven. Du lernst von echten Menschen, die sich Zeit für dich nehmen. Registriere dich jetzt gleich kostenfrei in der Genius Alliance University oder engagiere dich als Mentor oder als Experte bzw. Expertin. Du findest uns im Internet unter university.genius-alliance.com oder du folgst einfach dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ich begrüße jeden persönlich und wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Podcast. Ganz oft habe ich dieses Thema gerade bei Leuten, die ein Unternehmen aufbauen, im Bereich Coaching zum Beispiel, aber auch in der Entwicklung von Softwareprodukten oder auch Plattformprodukten, dass die Leute nicht wissen oder nicht so wirklich daran glauben, dass sie in ihren Kompetenzen wirklich einen Expertenstatus haben. Und ich stelle dann immer so die Frage und sage, okay, du machst diese Schublade jeden Tag auf. Du bist Entwickler oder Entwicklerin und machst jeden Tag diese Schublade auf. Wie viele Leute kennst du, die auch jeden Tag diese Programmier- und Coding-Schublade auf und zu machen? Und dann überlegen die Leute und sagen, wow, eigentlich kenne ich niemanden, der 14 Stunden am Tag, jeden Tag, sieben Tage die Woche, die ganze Zeit diese Schublade aufmacht, Literatur zu diesem Thema konsumiert, auf Konferenzen geht, irgendwelche Schulungen noch zusätzlich ergänzend macht. Und genau dieses Interesse, dieser Deep Dive zu dieser Expertise macht dich zu einem Experten oder zu einer Expertin. Und das anzuerkennen, sich dieses Selbstbewusstsein bewusst zu machen, also sich seiner selbst bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich bin tatsächlich dieser Experte geworden oder diese Expertin geworden, die ich hier verkörpern muss und die dieses wunderbare Produkt entwickelt hat. Und das ist total wichtig. Wichtig. Einher geht auch die nächste Frage, bist du dir deiner selbst wert? Also gibst du dir auch diesen Wert? Verkaufst du deine Software für 99 Euro oder hat die eigentlichen Wert von 599 Euro? Ja, habe ich ganz oft bei Coaching, was soll ich in die Stunde verlangen? Ja, auf jeden Fall nicht diesen kleinen Betrag. Du musst einen Betrag finden, der deiner selbst wert ist. So, also mal mindestens ein cleveres Controlling, mal überlegen, was muss ich eigentlich verdienen, um ich meine Kosten decken kann. Dann wissen wir ja, Coaching, Zeit gegen Geld, nicht skalierbar, nicht gut skalierbar. Aber wenn jemand dich persönlich sprechen muss, dann muss das ein Preis sein, wo du sagst, okay, ich nehme mir die Zeit, weil von diesem Geld kann ich mir und meinem Kind im Anschluss ein Eis kaufen. Ja, sollte ein bisschen mehr sein. Aber zu diesem Preis bin ich bereit, meinem Kind zu sagen, okay, du musst jetzt eine Stunde warten, der Papa muss jetzt arbeiten. Ist aber wichtig, weil dort will wirklich jemand etwas lernen. Also der Preis ist zum Beispiel auch eine Wertschätzung, die dir jemand entgegenbringt, weil er deine Expertise schätzt. Ja, auch meine Erfahrung, ganz am Anfang meiner beruflichen Karriere. Mein Gott, was hatte ich da? 45 Euro Stundensatz oder 60 Euro oder irgendwie sowas? Und du holst dir automatisch Leute, die dann noch danach fragen und sagen, jetzt waren wir nur 55 Minuten zusammen, welchen Rabatt kannst du mir jetzt anbieten? Ja, so, einfach Bullshit. Du brauchst dieses Bewusstsein, um deinen Wert selbst zu definieren, dahinter zu stehen und zu sagen, ich möchte nur diese Kunden in mein Leben ziehen, die bereit sind, diesen Wert zu erkennen und diesen Wert auch zu bezahlen. Ob für Produkte oder Dienstleistungen, völlig egal. Bist du dir deiner selbst wert? So, dann haben wir die vierte Frage. Wie gut kannst du mit Frust und Rückschlägen umgehen? Es gibt ein schönes Bild. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ernst Kramery hat letztens mit mir einen Podcast gemacht und er hat das mit den Schweizer Bergen schön beschrieben. Und zwar, wenn du dir so die Bergwelt in der Schweiz vorstellst, dann gibt es ja erstmal so einen kleinen Berg vielleicht. Dann gehst du wieder ins Tal runter, dann gibt es so einen mittleren Berg und dann gibt es so einen ganz großen Berg. Und so funktioniert Erfolg. Du gehst erstmal auf diesen kleinen Berg. So, wenn du auf diesem ersten kleinen Berg stehst, dann guckst du in die Ferne und sagst, wow, da gibt es ja noch einen Berg, der größer ist. So, was ist jetzt zu tun? Wenn jetzt kein Helikopter da ist in der Nähe, dann musst du erstmal diesen kleinen Berg wieder runtersteigen, durch das Tal durchgehen und diesen mittleren Berg erklimmen. Und in diesem Tal ist halt eine ganze Menge los. Da fließen viele Tränen, da ist viel Nebel und da ist viel Frust zu ertragen. Viele Rückschläge, die dort passieren können. Und wenn du glaubst, das ist überhaupt nicht mehr handelbar, dann geht es irgendwie wieder bergauf. Komisch. Und irgendwann steigst du so in die Höhe aus dem Nebel heraus, siehst hinter dir so den kleinen Berg und siehst, wow, ich bin auf dem mittleren. Ich bin unterwegs, viel höher hinauszukommen als dieser kleine Berg. Und dann stehst du auf diesem mittleren Berg und denkst dir, wow, wie cool ist das? Also feier diesen Moment unbedingt. Und du denkst dir, wow, guck mal, da unten ist der kleine Berg und da sehe ich noch den ganz großen Berg. Und jetzt ist es was ganz Interessantes. Viele sagen, das reicht mir. Gerade wenn die Wirtschaft gerade so boomt, wenn alle satt sind, wenn die Kreativität so zurückgeschraubt wird und so alles. Hey, es läuft doch. Meine Auftragsbücher sind voll. Ich bin auf meinem mittleren Berg echt super happy. Ich kann tolle Urlaube machen, ich kann das Auto fahren, was ich will. Ich kann meinem Mann oder meiner Frau was Tolles kaufen. Meine Kinder sind versorgt auf den besten Schulen in Deutschland. Mega. Ja, so ein mittlerer Berg ist ein Traum. Was dann jedoch stattfindet, ist eine gewisse Bewegungslosigkeit, ein Stillstand. Und was viele dann erleben, ist quasi dieses Wiederzurückrutschen in dieses Tal, aus dem sie gerade gekommen sind. Es geht nicht darum, im Leben immer höher und immer weiter, das ist völlig klar. Aber dieses Zyklische, dieses Zyklische zu verstehen, dass ich immer wieder durch diese Täler muss. Und natürlich, je erfolgreicher ich bin, sind diese Täler vielleicht nicht ganz so tief, nicht ganz so neblig, nicht ganz so tränenreich. Aber sie sind da und ich muss verstehen, dass der Weg, auf dem ich mich befinde, diese Bewegung hat, diese Ups und Downs hat. Und ich muss die mitmachen, ich muss in Bewegung bleiben. Tue ich das nicht, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ich in irgendeines dieser Täler abrutsche und da vielleicht gar nicht mehr rauskomme. Sondern ich muss ständig daran arbeiten und sagen, wie kann ich mich persönlich ins Wachstum bringen und wie kann ich auch dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter, meine Firma wächst. Wie kann ich meine Company nachhaltig aufbauen? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht hier verquatsche, aufgrund der Zeit. Und wie kann ich aber vor allem, und das war ja unsere Frage, Frust und Rückschläge, also mit Frust und Rückschlägen umgehen, um nicht daraus zu verzweifeln. Also dieses Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, es wird in jedem Fall wieder einen Aufstieg geben, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Das Einzige, was ich zu tun habe, ist dieses Tal zu durchschreiten, ist diese Rückschläge in Kauf zu nehmen, aus diesen Rückschlägen zu lernen, also den Wert des Tales zu suchen. Was mache ich hier unten eigentlich? Was hat das für einen Sinn? Manchmal ergibt das ja keinen Sinn, manchmal ergibt sich der Sinn ja eher im Rückblick, in der Reflexion. Dass ich sage, ach na klar, musste ich hier durch, weil dadurch, dass ich das und das erlebt habe, konnte ich wieder das und das tun. Aber dieses Vertrauen zu haben, dass es den Aufstieg geben wird für jeden von uns, das ist das, was ich so als Impuls gerne in deine Richtung mitgeben möchte. Nächste Frage, bist du ein Verwerter oder eher ein Bewerter? Das hat ganz viel mit deiner Gedankenwelt zu tun, ganz viel mit der Möblierung zu tun. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sehr schnell in die Bewertung kommen. Warum? Warum? Ich glaube, dass Verwertung trainiert werden muss. Ich glaube, dass wir in der Bewertung sind, das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern Bewertung heißt ja erstmal, ich vergleiche etwas mit den Erfahrungen, die ich schon gemacht habe. Also ich komme vor irgendeine Situation, irgendwie ein neues Kundengespräch oder eine Verhandlung mit einem Kooperationspartner oder mit einem Investor. Ich will eine Company aufbauen, habe vielleicht schon drei aufgebaut. Was tue ich? Das ist, so sind wir trainiert und es macht ja auch total Sinn für uns Menschen zu sagen, ich war schon mal in einer ähnlichen Situation. Damals habe ich die und die Lösung verwendet und bin da gut rausgekommen, sehr erfolgreich rausgekommen oder auch nicht. Dann kann ich eine andere Strategie fahren, aber ich werde es in jedem Fall erstmal im ersten Impuls vergleichen. So, du fährst, auch ein schönes Beispiel, du fährst auf der Straße, kommst an eine Kreuzung und hast eine ähnliche Situation irgendwann in deinem Leben, deinem Autofahrerleben schon mal erlebt. Was tust du? Du vergleichst, um diese Kreuzung zu überwinden. Du erinnerst dich und sagst, ah, guck mal, hier ist ein Radweg, muss ich auf die Radfahrer achten, da gibt es eine Ampel, da müssen noch Fußgänger. Bevor ich da so drüber brause, gucke ich nochmal links und rechts, ist sicherer und so weiter und so fort. Darüber brauchst du gar nicht mehr nachdenken, das passiert einfach. Und dieses unbewusste Passieren passiert uns eben auch im geschäftlichen Leben. Ein Mitarbeiter, nehmen wir zum Beispiel mal einen Praktikanten, arbeitet gerade mal vier Wochen in deinem Unternehmen und hat die Dreistigkeit, dich anzusprechen und dir eine Idee vorzuschlagen für eine neue digitale Kampagne. Oder für den Aufbau einer digitalen Plattform. Ich bin damals in der Agentur, so ein Jungspund, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein halbes Jahr war ich da. Und da bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, weißt du was, wir brauchen unbedingt ein technisches System, womit wir diese ganzen unfassbaren Korrekturläufe, die jetzt alle auf Papier und Handschrift laufen, digitalisieren können. So, was glaubst du, der hat mir angeguckt wie ein Auto und hat gesagt, was willst du eigentlich von mir? Du willst jetzt was programmieren, du willst jetzt von mir Geld, du willst jetzt von mir ein Budget. Ey, du bist ein halbes Jahr jetzt hier drin, vergiss das einfach mal ganz schnell wieder. Ich habe mich locker gelassen, ein Jahr später hatte ich dieses Invest dann gemacht und wir konnten quasi so eine Art Content-Management-System aufbauen, super cooles Tool. Wir haben am Ende den Geschäftsbericht von ProSiebenSat.1 machen dürfen oder weitermachen dürfen, den wir fünf Jahre vorher schon oder jedes Jahr gemacht haben. Aber der Chef uns dort gesagt hat, pass mal auf, habt ihr eine technische Lösung, dann dürft ihr den Geschäftsbericht weitermachen, wenn nicht, endet der Auftrag hier. Wir hatten diese technische Lösung, weil ich mich da festgebissen habe und ich wollte das unbedingt. Ich wollte unbedingt diese Technologie haben. Das bedeutet, dieses Bewerten, dieses Abwerten in der Regel von innovativen Ideen deiner Mitarbeiter, von Praktikanten, von jungen Leuten, die digitale Kommunikation viel besser begreifen, bespielen oder kreieren können, als wir das vielleicht in älteren Generationen. Also auf die mal zu hören und das, was da kommt, zu verwerten, anstatt es abzuwerten oder zu bewerten, anstatt es irgendwie wegzuschließen in irgendwelche Schubladen, open-minded zu sein und zu sagen, hey Leute, geile Idee, ich lasse das mal wirken, ich nehme das mal mit. Kannst du auch super trainieren mit deinem Lebenspartner, Lebenspartnerin, Ehemann, Ehefrau, whatever, einfach mal gucken, da kommt die nächste Idee um die Ecke, Schatz, wollen wir Urlaub machen und dann kommt der Urlaubsort und dann guck mal, was das in dir auslöst. Oder eine andere Idee, hey, wollen wir heute Abend das und das machen, was passiert in deinem Kopf, du bewertest deine Situation, hey, wie geht es mir heute gerade, bin ich gerade in der Lage dazu, das zu tun, habe ich jetzt Bock, da so ein Bungee Jump zu machen heute Abend oder sowas. Aber versuch mal, das Ganze zu verwerten und zu sagen, hey, Bungee Jumping ist ganz geil, ich habe heute nicht so die Lust, aber ich würde gerne sehen, wie du das machst, ich komme mit, du springst, ich mache die Bilder. Also so, in der Art. Das zu verwerten, daraus ein Erlebnis zu machen oder das, was euch angeboten wird, an Ideen nicht gleich über Bord zu werfen. Es macht viel mit eurem Gegenüber. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Praktikant nochmal eine zweite Idee an dich heranträgt, wenn du die erste so abgeschmettert hast? Also, Verwerte statt B-Werte und das ist ein Training, kannst sofort anfangen, nach dem Podcast oder jetzt schon. Okay, wie gut, nächste Frage, wie gut kannst du explorieren und deine Identität hinterfragen? Habe ich schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, hier geht es um Komfortzone. Also, wie gut kannst du explorieren, heißt rauskommen aus deiner Komfortzone. Ich nenne es auch gerne Identität, Dinge, mit denen du dich identifizierst. Dein Fußballverein, deine Automarke, deine Klamottenmarke, all das, was du so für sicher hältst. Schönes Bild dafür ist auch Superman. Superman ist ja Clark Kent, Redakteur, arbeitet beim Daily Planet und der sieht natürlich nicht aus wie Superman, weil sonst würde ihn ja jeder erkennen, sondern der hat natürlich seinen Anzug, seine Krawatte, übrigens seine Krawatte von Louis Lane, hat er die geschenkt bekommen. Und es ist also wahnsinnig viel wert für ihn. Er hat noch so ganz teure Lederschuhe und seine Brille auf der Nase, eine Aktentasche immer unterm Arm und so weiter. Also ganz viele Dinge, mit denen er sich identifiziert, damit er seine Rolle als Redakteur dort beim Daily Planet einnehmen kann. Und jetzt ist aber das Wichtige zu verstehen, der kann nur Superman werden, der kann nur innovativ sein, der kann nur sowas wie einen Tesla bauen, wenn er exploriert, wenn er rausgeht aus dieser Identität. Wenn er sich quasi die Klamotten vom Leib reißt, seine 4000 Euro Schuhe über Bord wirft, sich so rote Socken anzieht und zum Superman wird. Und er kann auch nicht sagen, hey, diese Krawatte, die ist von Louis Lane und die ist mir wichtig, die muss ich jetzt behalten, sondern er muss sie einfach abnehmen. Sonst kann er nicht Superman werden und sich dort loszulösen von dem, was uns so wichtig ist, ist ein unglaublicher Kraftakt. Es braucht unfassbar viel Mut, aber wenn es mir gelingt, dann findet diese Entwicklung statt. Dann habe ich die Möglichkeit, etwas Neues zu erschaffen, schöpferisch tätig zu sein, mit meinem Team neue Produkte zu innovieren oder mich auf neue Märkte einzulassen, neue Zielgruppen anzusprechen. Und so weiter und so fort. Also überleg dir mal, wenn du über diese Frage nachdenken möchtest, was macht eigentlich deine Identität aus? Was macht dich eigentlich zu Superman oder Superwoman und was musst du loslassen? Und wie weh tut dir das? Wie verunsichert dir das, wenn du das ab morgen oder ab sofort nicht mehr hast? Aber du brauchst es, um einfach etwas in Bewegung zu setzen. Und meine letzte Frage, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, wie hoch ist deine Risikobereitschaft? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir natürlich sagen, naja, wenn das Risiko bei Null liegt, würde ich mich am wohlsten fühlen. Und das streben wir auch immer an. Ja, also nimm mal Kooperationen oder Partnerschaften, die du vielleicht eingehen möchtest. Es ist immer dieses Abwägen und zu sagen, wie kann ich mein Risiko möglichst minimal platzieren? Und das ist auch völlig klar. Ja, wir wollen natürlich auch niemanden in Gefahr bringen. In der Firma nicht, die Mitarbeiter nicht, das ist ja im Wert gewachsen. Das kann man nicht einfach so leichtfertig aufs Spiel setzen, völlig klar. Aber es gibt kalkulierbare Risiken und es ist wichtig, diese Risiken einzugehen. Man kann diesen Risiken, die man eingeht, einfach einen Raum kreieren. Ja, also beispielsweise möchtest du für ein bestimmtes Projekt eine Investition tätigen, um mit vielleicht sogar einer Produktinnovation in den Markt zu gehen. Dann kannst du daraus eine Projektgesellschaft beispielsweise gründen, um dann auch das Risiko zu minimieren und in dieser Firma zu bündeln. Aber du investierst, du gründest, du bringst eine Marke in den Markt oder ein Produkt in den Markt. Und all diese Sachen sind einfach wichtig, denn ohne Risiko wirst du nicht erfolgreich sein. Ohne Risiko wirst du nicht erfolgreich sein. Alle erfolgreichen Unternehmer und Unternehmerinnen sind ins Risiko gegangen. Teilweise gibt es wahnsinnige Leute, die ein wahnsinnig hohes Risiko eingegangen sind. Da gibt es auch viele, die gefallen sind, weil das Risiko falsch eingeschätzt wurde, weil es vielleicht einfach wirklich viel zu hoch war. Aber das abzuschätzen und zu sagen, hey, wo kriege ich so ein Kribbeln in den Fingern? Wo ist der Punkt, wo ich sage, das mache ich? Und ich würde sogar noch diesen einen Schritt weiter gehen, als ich mich gerade noch wohlfühle. Und das ist genau der richtige Moment. Es gibt so eine Wohlfühlgrenze, wo du sagst, kein Problem, mache ich. 100 Euro investieren, kein Thema. 500, kein Thema. 1000, kein Thema. 5000. Okay, 5000. 10.000? Würdest du 10.000 Euro investieren, damit dir jemand sagt, wie du dein Business erfolgreich aufbaust? Was wäre es dir wert, wenn du mit diesen 10.000 Euro 100.000 Euro Umsatz machen kannst? Und ich weiß ganz genau, was du jetzt fragst. Ja, kriege ich auch eine Sicherheit zu den 10.000 Euro? Nee, kriegst du nicht. Warum? Weil es an dir liegt. Wenn du nach einer Sicherheit fragst, wenn du sagst, hey, pass auf, für 10.000 komme ich da in Coaching-Normen und du garantierst mir, dass ich daraus 100.000 Euro mache. Was passiert in dem Moment? Du gibst deine Verantwortung ab. Und das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Die Verantwortung in die Hände eines Coaches, eines Mentors zu geben. Warum? Weil der hat doch überhaupt keinen Einfluss. Einfluss hat nur der, der eine Entscheidung in deiner Company treffen kann und das bist du selbst. Ich kann doch nicht steuern, was du mit den Informationen machst, die ich dir gebe. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Moment, über den wir jetzt gerade reden. Es ist auch gut, dass der jetzt so am Ende steht, weil dann bleibt der vielleicht auch noch in deinem Kopf. Weil dieses Investment, dieses Risiko eingehen ganz viel damit zu tun hat, welche Führungsqualitäten du hast und inwieweit du bereit bist zu sagen, okay, wenn ich jetzt 10.000 Euro in das Coaching, in das Mentoring, in meine Ausbildung, in mich selbst investiere und ich werde nicht erfolgreich sein, dann habe ich es an die Wand gefahren, weil ich bin der oder diejenige, die die Entscheidung am Ende getroffen hat. Nicht die Entscheidung für die 10.000 Euro, sondern die Entscheidung, was habe ich aus diesem Coaching mitgenommen, in meiner Firma umgesetzt. Und das ist einzig und allein deine Entscheidung. Das heißt, letzte Frage war ja, wie hoch ist deine Risikobereitschaft? Die Frage geht einher mit, inwieweit bist du nicht nur in der Lage, das Risiko einzugehen, sondern auch alle Konsequenzen, die daraus erfolgen, zu tragen. Denk mal drüber nach.